Weihnachten mit Familie, darum teilte Preiss keine Pics. Warum teilte Katie Preiss, 44, keine Fotos der vergangenen Weihnachtsfeiertage, neben ihrer Karriere als Model? Sängerin und TV-Bekanntheit ist die in Breiten geborene Beauty auch Fünffachmutter, regelmäßig teilt die ehemalige Kandidatin des britischen Dschungelcamp niedliche Schnappschüsse mit ihren fünf Kids Harvey, 20. Junior, 17, Prinzess, 15, Bernie, 8, und Jet, 9, auf Social Media. Weihnachtliche Schnappschüsse blieben in den vergangenen Tagen allerdings aus, Katie verriet jetzt den Grund. In einer Story auf Instagram sorgte die Ex von Karl Wutz, 33, jetzt für Aufklärung, habe mich entschieden. Keine Bilder zu zeigen, da ich einen Tag privat verbringen wollte, offenbarte sie ihren Fans. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachten. Ich hatte einen so schönen Weihnachtstag mit all meinen Babys. Schrieb Katie außerdem und verlinkte dazu die Accounts ihrer Kinder. In der Zwischenzeit teilte ihr Ex-Mann Peter André, 49, auf der Social Media Plattform einige Schnappschüsse von seiner Familie. Darunter auch von den gemeinsamen Kids Junior und Prinzess. Auf einem der Fotos machen er und seine Frau Emily McDonough ein Selfie. Während ein anderes Bild die ganze Familie vor einem Weihnachtsbaum zeigt. Ich bin heute Morgen der glücklichste Vater und Ehemann der Welt. Frohe Weihnachten euch allen, schrieb der 49-Jährige zur Bilderreihe.